Applaus Ich weiß nicht auch warum, aber ich bin ja kein Mann, die damals einen Wackelpo-Remix hatten. Passierte ganz einfach so. Aber dafür wolltest du jetzt gerade hier... Es wäre gerade eine gute Zeit, um vielleicht das erste Mal zu knutschen heute, oder? Auf jeden Fall. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen besser, oder? Wäre das okay? Nein, André, ich glaube nicht. Warte mal. Wollt ihr knutschen? Mit mir oder der Hesse? Mit meiner Omi. Nein. Natürlich ist es jetzt Zeit zu knutschen.